Let me show you just what I'm made of den Game Yoshi erfüllen können. Oder ich stütze mich einfach in den Tod. So kann man es auch machen. Alter. So. Ich glaube, den sollte man lieber einsetzen, damit wir die ganzen Stachis hier fressen können. Wow. Okay. Und der letzte... Oh, da... Da habe ich mich nicht richtig umgedreht. Man. So. Jetzt reicht es aber. Verschwinde. Oh man, das war ein Fehler, oder? Nein, Moment. Müsste doch so gehen. Weil der Secret Exit befindet sich hier nämlich oben. Okay, dann habe ich halt jetzt nicht... Dann habe ich jetzt halt einmal nicht den Game Yoshi befreit. Das mache ich jetzt dann gleich sofort. Das ist ja auch der wirklich kürzeste Level überhaupt. Ich weiß nicht, ob es noch einen kürzeren Level gibt. Ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht daran, dass es noch einen kürzeren gäbe als das. Alter, sammle doch den... Sammle doch das Baby Yoshi bitte auf. Damit es hier genüsslich speisen kann. Um dann groß und stark zu... Warum immer beim Letzten? Langsam nervt das. Ich darf den mal als B-Knopf drücken dabei. Mann! Ich will den... Ich will das Baby Yoshi doch aufsammeln. Wieso geht das jetzt nicht? Mann! Wieso funktioniert das verdammt nochmal nicht? Es geht wieder nicht. Jetzt! Endlich habe ich ihn bei der Hand. Liegt auch von den ganzen Blöcken, die man aufsammeln kann. Wirklich an diesen ganz beschissenen Blöcken, die man hier aufsammeln kann. Aber jetzt endlich habe ich ihn. Ich bin ein Baby Yoshi und stand für so kräftig auf, dass Sandwolken... Der Sandwolkenstieben... Egal welche Fahrer der Panzer, den ich im Mord halte. Sandwolke... Stieben? Stieben? Ist das ein Wort? Ey! Nein! Bleib da! Du sollst da bleiben, verdammt nochmal. So. Ich wollte nur die scheiß Münze hier sammeln! Oh Gott! FacePorn! FTV! Sammel den Sche... Ich könnte kurz... Das ist der kürzeste Leveler, der macht mich hier fertig! Sorry für die Agro-Phasen, aber... Irgendwann wird das zu viel für mich. So, den Stach... Ich möchte, dass er wegspawnt. Mann! Du bist dich bloß gut an... Friss halt diese Blöcke, wollte ich gerade sagen, aber das bringt nichts. Oh Gott! Mario nimmt immer das falsche Zeugs! Ja? Friss ihn, bitte! Den Stach... Ich möchte, dass er respawnt. Bei der Spalte, da bringt er mir nichts. Los, wirf endlich was! So, bitte! Und sag mir jetzt, dass ich das jetzt hoffentlich auch unbeschadet überstehe. So, dieses Mal muss es aber... Ah! Klappen! So. Das Mal werft er ja nur noch dann diese Münzen nach uns. Die können wir natürlich auch aufsammeln. Und die hätte natürlich auch der kleine Yoshi fressen können. Muss ich mal versuchen, Lakitu hier zu schnappen. Nicht auf ihn drauf springen! Mann! Jetzt reicht's aber mal langsam! Das wird mir schon zu viel, ey! Boah! Jetzt sollte ich lieber zur Sicherheit auf Münz-Modus wechseln. So. So ist es weniger gefährlich. Und jetzt möchte ich diesen scheiß Lakitu auch bekommen. Den möchte ich jetzt mal versuchen zu fressen. Dann eben nicht, verdammt nochmal. Dann bleib doch da, wo der Pfeffer wächst. So, Lakitu, komm bitte wieder zurück. Äh! Okay. Dachte ich nicht, dass der Baby Yoshi wieder respawnen würde. Echt nicht. Okay. Lol. So. Okay. Und jetzt muss ich ihn noch. Lakitu versuchen zu erwischen. Fuck. Okay, dann... Ah, nein! So. Geht er weg? Nein! Na, verdammt noch mal! Ich will... Oh, geht das nicht mit Yoshi! Was ist denn da nur los? Ach, Herrgott, noch mal! Ich will versuchen, mit Yoshi Lakitu zu fressen. Das ist doch mal nicht so schwer sein. Ich möchte herausfinden, aber... Dabei ist eine Wolke verliert. Mein Gott! Boah, das geht mir schon extremst auf den Sack. Und zwar so extremst. Ich könnte kotzen, Mann! Warum geht das jetzt nicht mehr? Jetzt reicht's! Hallo! Geht das mal? Jetzt sammle doch den Gottverdammten Yoshi ein! Ach, Gott! Das ist zum Kotzen! Sorry, aber... Das regt einen langsamer wirklich auf. Mann! Lakitu, bleib doch unten! Ja, toll! Das bringt wieder nichts, wenn er da... Persiegt wird im Sprung. Mann, ich möchte herausfinden, ob... Wenn ich ihn fressen kann, dass... Ob dann auch die Wolke wieder übrig bleibt. Ah! Toll! Das geht jedes Mal gar nicht! Ja, schön, vergiss es! Ey, da hätte er... Da hätte er ein Treffer werden müssen. Super. Der... Das ist hier das Treffer, aber der andere nicht? What the hell? Scheiß drauf. Ist jetzt vollkommen wurscht. Oh. Oh. Oh nein. Okay, bleib da! Bleib da! Ach! Alakitu, komm zurück! Schneller! Ich lasse den Baby-Osh jetzt aus, weil das reicht mir. Das reicht mir jetzt endgültig. Komm. Und jetzt... Stehen, stehen! Jawohl. Erwischt. So, weiter kann ich durch den Spalte durchführen. Ich glaube, über den Ziel geht das nicht, aber unter den Ziel schon. Dass ich alle Yoshi-Coins bekomme. Der kürzeste Level! Und der bringt mich so zur Weißgut. Ich glaube es echt nicht. Der allerkürzeste Level der gottverdammten Starroad. Kann man das fassen? Gott. Okay. Jetzt kommt Starworld Nummer 4. Hm. Ah! Da ist wieder der rote Yoshi. Alles klar. Dann ist ja alles gut. So. Dann friss mal schön. Oh yeah. Aber der Zusatzeffekt beim blauen Panzer zum Beispiel lässt ihn immer noch fliegen, wenn er ihn im Maul hat. Aber wenn er ausspuckt, dann wird er nicht so einen normalen Panzer wie sonst, äh, dann spuckt er nicht den normalen Panzer aus, wie sonst der gelbe oder der grüne Yoshi tun würde, sondern, ähm, spuckt einfach Feuer, wie ihr sehen könnt. Das kann nun mal nur der rote Yoshi. So. Ein Glück, dass jetzt die Koopa-Panzer in, äh, schon so vielen verschiedenen Farben auftreten. Ich glaube in einem anderen Mario-Game gibt es so etwas, glaube ich, nicht mehr. Oder? Gab es schon mal so etwas, wo sie, wo die ganzen, äh, Koopas in mehreren Farben auftraten? Das wüsste ich wirklich so gerne mal. Das könnt ihr mir ruhig mal in den Kommentaren posten, ob es mal... so ein Mario-Game gab, äh, wo die Koopas in mehreren Farben auftreten sind, weil ich weiß es aktuell nicht mehr auswendig. Ja, selbst grüne Panzer kann er nehmen. Selbst mit grünen Panzern kann er dann Feuer ersparen, der gute Yoshi. So. Da oben ist ja nichts. Nee. Ach, nein. Das war ja perfekt. Ich hoffe, ich brauche für den Secret Exit jetzt nicht, äh, unbedingt Yoshi. Hm. Ich muss mal gucken. Da fehlen mir noch zwei Yoshi-Coins. Ich habe jetzt keine einzigen übersehen. Hm. Da ist eine. Das ist gut. So. Nur noch eine. Natürlich. Die vorletz... Wenn eine Yoshi-Coin fehlt, dann ist auch direkt hinter der vorletzten das Ziel. Und wo zum Henker war die letzte? Hm. Ach. Immerhin zwei. Aber es entschädigt auch nicht die ganzen Lehm, die ich schon verloren habe. Ich hatte schon über 130 und jetzt habe ich so viel schon... So viel schon... Verloren, dass es echt der Wahnsinn ist. Okay, das war der normale Exit. Aber immer den roten Yoshi haben wir auch schon bestätigt, befreit. Also offiziell jetzt freigeschaltet. Also wir haben jetzt alle Farben... Alle Yoshis in diesem, ähm... Diese... In diesem Spiel. Also alle Farben der Yoshis freigeschaltet. Vielleicht war das die Story, die ich übersehen habe. Keine Ahnung. Das möchte ich ja ein bisschen mal gleich herausfinden. Ey! Nein! Nein! Oh, dich brauche ich doch noch zum Fliegen, ey. Vielleicht befindet sich der Secret-Ausgang... Oben, meine Fresse. Gott, wie sind die denn aufgestellt? Kommt man da gar nicht durch. Muss man schon fliegen, ey. Hm. Drei Yoshi-Coins. Wo war dazwischen noch eine? Hm. Kann es sein, dass es wirklich die eine Yoshi-Coin war, die ich übersehen habe? Die erste? Wow. Das war ein nicer Treffer. Mann, ich... Was ist das für eine aufgestauerte Reihe von Koopas? Hm. Nee. Ah! Oh! Ah! Da brauche ich aber einen Kuba-Panzer dafür. Komme ich an den Block? Yes! Danke! Die Feder brauche ich gerade. Aber das Problem ist, mir fehlt immer noch ein... Mir fehlt immer noch zwei Yoshi-Coins. Hm. Ah! Nein! Genau das wollte ich vermeiden. Dass ich meine Feder schon wieder verliere. Ey, komm. Leckt mich doch am Arsch. Was ist denn, Henker? Fehlt denn hier noch eine? Ich müsste doch schon... Hier. Alle gefunden haben. Da. Das ist die letzte vom Ziel. Wo fehlt denn hier noch... Gott, noch mal eine? Die Röhre kann ich nicht betreten. Dabei müsste es doch hinter einer Röhre sein, oder nicht? Kapiere ich irgendwie gar nicht. Äh. Hm. Da komme ich nicht rein. Da auch nicht. Da müsste es die Röhre sein. Da müsste ich doch reinkommen, oder nicht? Was geht denn? Ach! Ja, nee. Ist klar. Oh, oh. Ich brauche einen Panzer. Sonst komme ich nicht an den Schlüssel ran. Oder eine Feder hätte ich gebraucht. Aber nein. Die musste ich ja unbedingt vergonnen. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht der Gegner. Nein. Passt so. Okay. Dann gib mir mal... ...den Schlüssel. Und... Tschüssi Kowski. So. Sehr schön. Damit fehlt jetzt nur noch eine Starvolt. Nämlich Starvolt Nummer 5. Welchen Yoshi gab es hier nochmal? Entweder der gelbe oder der rote. Weil ich glaube, der blaue Yoshi war nur... ...für das Unterwasser der Exklusiv. Oh, Mann. Da ist Präzision gefragt. Präzises Timing. Alter Schwede. Wow. Da wäre es beinahe auch schon wieder schief gelaufen. Da hätte mich gleich der Cooper gekillt. Äh. Heilige Scheiße. Das ist ja echt fies hier. Also ich möchte hier voll wirklich den Level mit allen... ...Yoshi Coins... Oh nein. Schon wieder sowas. Dann ist der Secret Exit wahrscheinlich da... ...oben. Gut. Dann versuche ich mal... ...hier hoch zu... ...oh nein. ...nein. Ach. Dann kann ich mich ja gleich umbringen. Das wird so nichts. Das hätte ich nämlich für nötig gehabt. Und ich muss es mir leider verbauen. Ich glaube, es wird auch wirklich... ...ich werde nicht nur für den... ...normalen Exit, sondern für den Secret Exit nötig sein. Ah. Ich glaube, das ist das Schwierigste. Der Starroad Level ist leider Gottes. ...alte... ...hier gibt es sonst nichts, oder? Ne. So. Sollte ich vielleicht... ...inzwischen ablegen. Hm. Okay, lasse ich einfach die Münchspur jetzt einmal... ...komplett... ...so. Hm. Das geht ja unendlich weit, oder was? Ich hoffe nur, sie ist nicht zu niedrig. Weil nicht, dass der... ...Secret Exit weiter oben ist. ARK! Ich bin so behindert. Ich verbrauch's mir ständig. Alter. Meine Fresse. ARK! Ach. Blöd kann man eigentlich sein? Oh nein, ich bin schon. Das wäre jetzt der dümmste Fehler... ...den ich je begangen hätte. So. Ich habe jetzt nur noch geradeaus weiter. Das müsste hoffentlich ausreichen. So. Junge, das geht ja unendlich weit. Hoffentlich schaffe ich es dann auch noch rechtzeitig... ...ähm... ...drüber zu kommen, bevor... ...die Zeit wieder vorbei ist. So. Oh oh! Nein! Ah, da ist der Gabe Yoshi. Okay, jetzt weiß ich das mal. Ich werde das weiter oben machen müssen, weil ich fürchte, da weiter oben war der Secret Exit. Dann soll ich den vorher mal zuerst versuchen zu erreichen, bevor ich mir... ...den normalen Exit-Sorgen mache. So. Okay. Hm. So. Okay, das reicht. Hoffentlich. Hoffentlich bin ich weit genug oben. Bitte sagt mir, dass das reicht. Okay. Dann mal los. Ja. Den Pilz würde ich mir vielleicht zur Sicherheit auch nehmen und dabei... Nicht drunter fallen! Oh Gott. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Als Absicherung vor dem Stachy da unten. So, habe ich die richtige Höhe erreicht? Ja! Ja! Es ist sich gerade nochmal ausgegangen. Yes! Mann, wie episch! Aber wo geht das jetzt hier lang? Das muss doch der Secret Exit sein. Der wird wirklich hier... Das ist auch wirklich ein Anzeichen dafür, dass man alle Schalterpaläste hier benötigt, sonst kommt man hier gar nicht weiter. Ja. Sicher ist Anzeichen dafür, dass man hier alle Schalterpaläste benötigt hat. Nur dann kann man auch den Secret Exit von hier aus erreichen. Sehr schön! Damit haben wir auch das Tor zur Star... Äh, zur Special World offen. So, jetzt heißt es hier noch erstmal den normalen Exit und alle Yoshi-Coins sammeln. Also den normalen Exit erreichen und alle Yoshi-Coins sammeln, so. Diesmal brauche ich das nicht so hoch. Das reicht. Okay. Die Hauptsache ist, dass ich da rüberkomme. Oh Gott. So. Na, mach schon. Okay. Und jetzt los. Los. Ja. Dieses Mal. Kriege ich das auf jeden Fall gebacken? Oder auch nicht. Oh. Mann. Also für sowas bin ich echt nicht mehr aufgelegt. Das ist schon mal sicher. Ah. Kacke. Äh. Hoch da. Und weiter. Geradeaus. Ei, 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 ei. Äh. Tut mir leid. Bin jetzt schon ein bisschen müde an der Stelle. So. Okay. Und los. Hoffentlich geht es dieses Mal gut. Bitte sagt mir, dass es dieses Mal nicht schief gehen kann. Mann. Ich sagte bitte dieses Mal nicht. Ach, Mann. Das ist so sch... Fuck it. Gott. Das ist gerade mal die Star World. Die ist eigentlich gar nicht der Rede wert. Ja. So viel zu nicht der Rede wert, ne. Ich kacke hier ab wie ein super duper Noob. Mit der Noob vom Dienst. Der ich ja eigentlich auch bin. Lol. Ich glaube... Ich hoffe, das hat mir jetzt nicht zu hoch gemacht. Wehe. Na, 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 na. Gut geschafft. So, und jetzt... Jetzt wieder Zeit für dein Fresschen. Omnomnom, omnomnom. Schön Fressi, Fressi mach, mein Kleiner. So, damit ist der gelbe Yoshi frei. Ich wollte gerade sagen, er stellt sich jetzt in die Röhre rein. Der klüschte sich einfach hinauf. Okay. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt... Oh, die beiden Yoshi-Coins. Nice. So. So, und der normale Exit. Ja, und egal welchen Panzer im Maul tritt, er stampft einfach noch zusätzlich. So, dass er Nerdbeam erzeugt, das Gegner in seine Nähe. Da macht, ich glaub's nicht. Ich hab die vollen 50, yay. Inklusive drei Leben bekommt noch dazu. Ich hab tatsächlich die volle 50 erreicht, ich glaub's nicht. Alter, dass ich das noch erleben hab, dass ich das tatsächlich noch packe. Wuhu, nice. Okay, Leute. Wie schon angeschrieben steht, befinden wir uns jetzt in der Spezialwelt. Okay, damit, liebe Leute, geht es dann weiter im nächsten Part. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich schon mal darauf. Und, ja, wenn's euch trotz der Reach-Phase und der Fails gefallen hat, bitte ich wieder mal um einen Daumen nach oben und wir sind's wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush for the fake 89. Bis zum nächsten Part von Let's Play Super Mario World für den Game Boy Advance. Also, auf Wiedersehen und tschüss. Und freut euch schon auf wahrscheinlich vorletzten Part von Super Mario World für den Game Boy Advance. Also, ciao! Ciao!